Musik Herzlich willkommen beim täglichen Videostrategie-Ticker des Frankfurter Börsenbriefs, heute am Donnerstag, den 7. Juli um 11.04 Uhr. Im Grunde läuft alles an den Märkten im Moment sehr erwartungsgemäß, sehr nach Fahrplan. Der DAX recht freundlich, setzt seine Erholung fort, wie wir das angekündigt haben. Der Euro ist im Fallen begriffen, heute wird erwartungsgemäß die Europäische Zentralbank die Zinsen anheben. Die Rohstoffe sind schwach und in Japan sehen wir erste Anzeichen für eine Erholung. Wir sehen bei den Maschinenbauaufträgen ein gutes Plus, das stärkste Plus seit vier Monaten. Und das bedeutet, dass Japan nun endlich handfest anfängt, den Wiederaufbau in Angriff zu nehmen. Wir haben dafür ja schon einige Empfehlungen ausgesprochen im Frankfurter Börsenbrief. Nehmen Sie bitte die letzte Ausgabe diesbezüglich nochmal zur Hand. Wir sind bisher erst in einem Wert eingestoppt worden, gehen aber davon aus, dass in der nächsten Woche dieser Marktanfahrt gewinnen wird. Das heißt, Japan ist im Moment in besonderer Weise ein Blick wert, abseits unserer anderen Spekulationen um Euro Short, um Commodities Short. Hier läuft auch alles im Moment sehr nach Fahrplan, sehr zufriedenstellend. Schauen wir auf ein paar Unternehmensmeldungen heute. Das Thema seltene Erden ist ja in den letzten Wochen auch nochmal stärker aufgekommen. Wir haben darauf auch Bezug genommen im neuen Frankfurter Börsenbrief und unsere Empfehlung erneuert. Siemens wird jetzt mit Lünas einen Joint Venture erschließen für den Abbau in Malaysia. Dort gibt es ja einige Umweltauflagen bezüglich des Abbaus und die kann die australische Lünas-Gruppe nicht alleine stemmen. Dafür holt man sich Siemens mit ins Boot, die in diesem Projekt dann sogar Mehrheitseigner sind mit 55 Prozent. Bei dem Aufbau einer entsprechenden Raffinerie mit entsprechend sauberer Förderung. Heute steht bei der deutschen Börse ein besonderer Tag ins Haus. Der Partner Nisi Euronext hält seine Hauptversammlung ab und es geht darum, ob die Fusion genehmigt wird. Und wir gehen davon aus, dass die deutsche Börse hier gar keine weitere Hürde nehmen wird an diesem Projekt. Wir sind grundsätzlich nicht ganz der Auffassung, dass das so eine wunderbare Sache ist, denn letztendlich hat die deutsche Börse ja die Mehrheit der Stimmen. Allerdings ist in dem Vertragswerk geregelt, dass ab dem Jahr 2016 die Nisi-Manager ganz dominierend in dem neuen Konzern werden. Und man kann durchaus befürchten, dass die deutsche Börse so untergeht wie die Euronext Paris. Und deswegen sind wir hier nicht so ganz positiv für diese Geschichte gestimmt. Aber grundsätzlich führt um eine Konsolidierung im Börsenbetreibersektor kein Weg vorbei. ThyssenKrupp hat seine Kapitalerhöhung nun angekündigt. Man will 168 Milliarden Euro erlösen, das ist für uns eine sinnvolle Sache, einfach um die Schulden abzubauen. ThyssenKrupp hat ja in den letzten Jahren sehr viel investiert, insbesondere auch in den USA, überhaupt auf dem amerikanischen Kontinent, in neue Stahlwerke. Die Stahlsparte, die soll nun abgespalten werden, aber die Schulden, die bleiben ja zunächst einmal erhalten. Und insofern ist die Kapitalerhöhung, um ein besseres Eigenkapital-Fremdkapitalverhältnis zu erreichen, eine sinnvolle Geschichte. ThyssenKrupp gehört ja zu unseren Empfehlungsaktien. Ebenfalls eine Empfehlungsaktie von uns. Vielmann hat mich persönlich heute ein bisschen enttäuscht. Die Zahlen sind eigentlich ziemlich gut. Erstes Halbjahr beim EBIT ein Plus von 9,1 Prozent auf 86 Millionen. Der Umsatz stieg um 7,1 auf 522 Millionen. Da kann man vom Grundsatz her eigentlich gar nicht groß meckern. Macht einen guten Eindruck, vielmann auch schon seit Jahren auf unserer Empfehlungsliste immer mal wieder. Aber ich hätte mir da ehrlich gesagt noch mal einen Tick mehr versprochen. Und deswegen gehe ich mit ein bisschen gemischten Gefühlen daran. Langfristig gibt es natürlich gar keinen Grund, an dem Papier zu zweifeln. Der Aufwärtsrente, den Sie eben im Chart gesehen haben, der wird weitergehen. Ganz kurzfristig kann ich mir auch vorstellen, dass der eine oder andere mal auf den Modus von Gewinnmitnahmen schaltet. Nicht so positiv wie die Vielmann sehen wir die schwäbischen Hüttenwerke. Die sind heute an die Börse gegangen. SHW ist einer der ältesten Industrieunternehmen in Deutschland. Die sind im Automobilzuliefererbereich tätig, machen Pumpen, Motorteile und Bremsscheiben. Umsatz 2010 290 Millionen, EB 22,8 Millionen. Finde ich ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig spannend. Offensichtlich auch die Anleger nicht. Man hat die Aktie am unteren Ende der Bookbuilding-Spanne zugeteilt. Und man ist noch nicht mal alle Aktien, die angeboten worden sind, losgeworden. Und grundsätzlich sind wir sehr positiv für den Automobilzulieferungssektor. Gestern hatte ich ja die Continental nochmal erwähnt und besonders hervorgehoben. Aber man muss hier auch in dieser sehr spannenden Branche mal genau schauen, welche Aktie hat nun wirklich Dynamik, welcher hat Zukunftspotenzial, welche hat vielleicht auch technische Innovationen. Und da gehört SHW sicherlich nicht in die erste Reihe. Deswegen für unsere Begriffe muss man dieses Papier nicht im Depot haben. Das waren die konkreten Hinweise für heute. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Börsentag. Machen Sie es gut. Bis morgen. Ihr Bernhard Klinzing Machen Sie es gut. 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 Machen Sie es gut.